Herzlich willkommen bei der Firma Weinig im Expo Center. Mein Name ist Nikolas Ehmann, ich bin Produktmanager für die Hobel & Kehl Maschinen. Und mit den Hobel & Kehl Maschinen sind wir schon genau beim richtigen Thema. Unser Kerngeschäft seit vielen Jahrzehnten, wo wir Maschinen für alle Leistungsklassen haben, von klein bis groß. Ein besonderes Anliegen für uns ist immer das Handwerk. Und deshalb schauen wir uns heute mal im Expo Center an, was es da Neues gibt. Also kommt mit! So, hier stehe ich vor unserem Cube Plus, eine Maschine, die wir schon seit vielen Jahren im Programm haben. Und die wahrscheinlich auch viele von euch schon kennen. Sie ist einfach zeitlos gut und mit der Technik unschlagbar gut. Die einfachste Hobelmaschine der Welt, denn auf dem Cube könnt ihr vierseitig glatt hobeln, ohne dass ihr irgendwas rüsten müsst. Vorne im Einlauf sehen wir das Panel für die Bedienung. Dort werden die Masse eingegeben. Die Maschine positioniert automatisch auf das eingegebene Maß. Die Laser zeigen auch noch an, wo die Spindeln gerade stehen. Das heißt, man sieht schon vorne am Abbrichtisch, was wird zerspannt, was kommt hinten raus. Und mit einem Knopfdruck startet die Maschine. An der Maschine selber ist nichts zu rüsten. Die Teile werden vierseitig gehobelt, kommen wunderbar dimensioniert hinten raus. Und somit können wir vierseitig glatt hobeln, wie es einfacher gar nicht geht. Eine Einschränkung hat der Cube. Er kann nicht profilieren. Dafür haben wir jetzt den neuen Profimat 30. Und zu dem schauen wir jetzt. Und hier sind wir schon am Profimat 30, der neuen Maschine für die kleinen Betriebe. Die Universal-Kehlmaschine für alles rund um Hobeln und Profilieren in Schreinereien. Wie wir hier schon im Einlauf sehen, haben wir kein Display, keine Maschinensteuerung, sondern es ist eine komplett manuell zu bedienende Maschine. Bedeutet, wir arbeiten mit der Profilkarte, mit den Einstellwerten für die Spindeln. Die Spindeln werden hier unten über die Kurbel positioniert. Wir haben hier unsere Anzeigen, um die Positionen abzulesen und können so entweder vierseitig glatt hobeln oder eben profilieren. Ich stehe hier am Profimat 30 mit fünf Spindeln. Unten, rechts, links, oben, unten. Wir haben hier durchgehendes Vorschubsystem. Wir haben seitliche Andruckelemente im Einlauf, im Auslauf ein Führungslineal. Genauso noch Druckrollen hier im Vertikalbereich, ein Druckschuh nach der oberen Spindel. Im Endeffekt ist die Maschine ähnlich klein gebaut wie der Cube. Das heißt, sehr geringer Platzbedarf für die Maschine. Geringe Anschlusswerte, aber trotzdem so flexibel, dass alles, was in der täglichen Arbeit anfällt, hier drauf gehobelt werden kann. Vielleicht noch was zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Vorschubgeschwindigkeit bis maximal 15 Meter, Spindeldrehzahl von 6000 Umdrehungen. Und die Dimensionen für die Bearbeitung gehen in der Breite von 13 bis 230 Millimeter und in der Dicke von 8 bis 120 Millimeter. So, jetzt denke ich, haben wir erstmal genug über die Technik gesprochen. Jetzt schauen wir mal, was die Maschine zu bieten hat. Dafür Peter Block, mein Kollege, unser Vorführer, der wird jetzt mal was durch die Maschine durchlassen. Und dann schauen wir, was für eine Qualität hinten rauskommt. Peter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und hier sehen wir jetzt das Profil, das wir gefahren haben. Vierseitig glatt, rundherum gefasst, sehr gute Oberfläche, schön glatt, gleichmäßiger Hobelschritt und weil wir uns damit nicht zufrieden geben, würde ich sagen, jetzt stellen wir nochmal um auf ein neues Profil. Peter, du hast das Herz für uns vorbereitet und wir schauen mal, wie gut man die Maschine rüsten kann, den kleinen Profimat 30, der eben komplett manuell zu rüsten ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier sehen wir das Herz, das wir jetzt gefahren haben. Wir haben als zweites Profil auch hier schöne Übergänge von Werkzeug zu Werkzeug und eine schöne Maßhaltigkeit. Was hat der Peter jetzt alles am Profi Mar 30 gemacht? Er hat die Werkzeuge gewechselt. Er hat anhand der Einstellkarte, die er vorne hat, die Spindeln hier an den Anzeigen positioniert, hat die Andruckelemente angepasst und die Maschine beschickt. So einfach geht es, um beim P30 von einem Profil zum nächsten zu kommen. Noch einfacher mit der Option Steuerungspaket. Die Option beinhaltet dann eine Bediensteuerung am Maschineneinlauf. Dort können die Einstellwerte abgespeichert und wieder aufgerufen werden. Und wir haben automatische Achsen für Breite und Dicke. Das heißt, wenn wir nur in Breite und Dicke verfahren, dann ist es nicht manuell wie hier, sondern eben per Knopfdruck über 10 C-Achsen. Für alle, die noch ein bisschen mehr aus ihrer Kehlmaschine holen wollen, haben wir nicht nur den Profi Mar 30, sondern wir haben ja eine neue Profi Mar Serie, auch noch den Profi Mar 50. Und zu dem schauen wir jetzt. Neben mir steht der Profi Mar 50. Wie gesagt, wir haben eine ganze Profi Mar Serie neu aufgelegt mit dem kleinen Profi Mar 30 und dem größeren Profi Mar 50. Wofür ist der Profi Mar 50 geeignet? Der ist für alle Kunden, die etwas mehr Leistung aus der Kehlmaschine wollen. Wir haben hier einen stärkeren Vorschub mit einer höheren Vorschubgeschwindigkeit. Wir haben hier eine fünfspindelige Maschine, aber den Profi Mar 50 gibt es auch als Sechsspindler mit zwei oberen Spindeln. Außerdem 7000 Umdrehungen auf den Spindeln, optional sogar 8000. Und ja, schon der Aufbau vom Gussständer her ist etwas robuster. Das heißt, es ist einfach die schwerere Maschine für den gröberen Einsatz oder wo einfach mehr Holz über die Maschine läuft. Übrigens neben mir sieht man auch noch das Bedienpult mit der Steuerung. Sowohl beim P30 als auch beim P50. Option, die Steuerung mit automatischer Positionierung für Breite und Dicke. Und so sieht das Ganze dann aus. Das war unser Überblick zur Profi Mar Serie, gerade eben zum Profi Mar 50. Davor im Detail zum Profi Mar 30. Ganz am Anfang auch kurz zum Cube. Das ist unser Portfolio an kleinen Maschinen für das Handwerk, für eure Anforderungen beim Hobeln und beim Profilieren. Auf dem neuesten Stand der Technik mit einfachen Featuren, die aber sehr hilfreich sind. Mit hohem Bedienkomfort, neuester Sicherheitsstandard und natürlich auch, heute immer wichtiger, energieeffizient. Wenn ihr mehr Informationen wollt, dann besucht gerne unsere Homepage unter profimat.weinig.com. Gibt es die Informationen zur Profi Mar Serie, ansonsten auf der Homepage natürlich auch zu allen anderen Produkten. Genauso zu Vorführungen. Die Vorführungen können entweder hier bei uns in Tauberbischofsheim vor Ort stattfinden an den Maschinen, die wir ja hier stehen haben. Genauso können sie aber auch online stattfinden. Ihr könnt euch auch online dafür anmelden. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an euren Weinig-Experten wenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit eurer Weinig-Maschine und würde mich freuen, wenn wir uns hier in Tauberbischofsheim treffen.